Hallo Jumme! Insgesamt 17 Jungs sind unterwegs. Es ist eine richtig große Gruppe auf der Rückbahn im Schnellfunkstadion. Das ist unser sogenannter D-Lauf. Wir kommen jetzt gleich vor die Tribüne, da will ich was hören. Ihr dürft auch gerne die Banden hier mit einbeziehen. Das ist das Feeling, das wir hier in Blitzhausen seit vielen, vielen Jahren für unsere Läufer und Läuferinnen bringen. Jawohl, Söder hört sich das an hier im Schönbuchstadion. Hier ist die Sackl aus der Tschechischen Republik mit vorne. Ganz genau so, dranbleiben. Und die Jungs dahinter, die lassen sich nicht abhängen. Das sieht wirklich gut aus. Das wird ein spannendes Finale. Und jetzt schiebt sich die Gruppe noch weiter zusammen. Und da haben wir schon die Glocke. Die letzten 400 Meter. Und jetzt wird es nochmal schnell, vorne. Das sind die Läufer der LG Farbtex Nordschwarzmalz. Und die Glocke, die hier im Zentrum machen. Und dann, wir haben die Glocke. Das ist nicht so. Hier haben wir die Glocke. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin ein großer Herausforderung. Das sind die Glocke. Das ist die Glocke. Das ist der größte Beste. Und der größte Beste. Das ist die Glocke. Das ist der größte Beste. Und die Neufernpläu, die setzen sich durch, jetzt reißt das Feld auseinander, wir schauen auf die Uhr, 2.27, 2.29, 05, die Zeit im ersten Mal auf, die behalten wir uns mal als Marke, aber ich bin auch sicher, das geht noch deutlich schneller hier in Dietzhausen.